Willkommen zurück zu Skydrift Video Nummer 11 Das Spiel für echte Jedi Ritter Wir sind in Etappe 6 Ich habe mal offline hier die ersten Plätze gemacht Damit es nicht so assi aussieht Und ihr nicht unnötig lange warten müsst Und euch die ganzen Versuche angucken müsst Das macht ja keinen Sinn So Das Rennen beginnt Und wir beginnen wieder mit einem Speedrennen Die Speedrennen sind ja wirklich Also es ist die Herausforderung für echte Jedi Meister Sonst kann man das hier nicht Alter der hat mich geschubst Die dumme Sau hat mich geschubst Kann ja wohl nicht wahr sein Soviel zum Thema Jedi Meister Das Problem ist Ich bin gerade von draußen reingekommen Ich habe es endlich mal geschafft Meine Sommerreifen wieder drauf zu ziehen Ja Im Fast Juni Ähm Keine Ahnung warum ich vorher keine Zeit hatte Runter 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 Oh Gott Diesmal ist er echt heavy Ey was ist denn hier los Ich drücke zweimal nach unten Und ich fliege sofort so ganz gerade Das ist doch für ein Arsch Na gut wir haben drei Runden Zeit Das alles wieder hin zu biegen Das ist das Problem Wenn man gerade frisch so ein Spiel wieder anmacht Dann fehlt einem so ein bisschen das Feeling Dann ist man noch nicht auf die Geschwindigkeit eingestellt Es kommt so peu a peu Ich denke in der dritten Runde wird es am besten aussehen Erstmal bleibe ich unten Damit mir sowas nicht wieder passiert Du bist doch in dir Oh Oh Na geht doch Ich wollte mal sehen was passiert wenn ich da oben lang fliege Ob das Das cooler kommt Oh Durch die Baukräne hindurch Wo ist denn der erste Der Penner Nach vorne Manuel Finde ich schön Dass die Computergegner hier auch teilweise richtige Namen haben Und nicht nur Speedfreak Speedfreak Oder was weiß ich nicht heißen Oh Lück mich doch Manuel Ich komme Oh Gott würde ich Angst kriegen wenn jemand so reden würde Alex Ich komme Er kann doch weg bleiben So Jetzt muss ich keinen Fehler machen Bleib hinter Manuel Okay Okay vorbeigezogen Du bist auf dem ersten Platz Okay 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 Yes Das war aber mal spannend Für meine Verhältnisse Oh ich habe die Uhr gar nicht angestellt Sehe ich gerade Aber das ist egal Survivor Das kann ich doch so gut Survivor ist Nach Nach Allen 20 Sekunden fliegt einer raus Das Rennen beginnt Ich darf nur nicht hinten sein Ich muss also im Endeffekt die ganze Zeit erster sein Und wie schön diese Welt hier ist Ich mag sie Ruby Eat this Ich kann mich nicht dran erinnern So rum hier schon mal geflogen zu sein So Ich bin hier die Munizion Sehr gut Ey das kommt einem vor Wie ein komplett neues Level Ja das kriegt er gleich wieder Ihr Arschlöcher ne Oh Da kommen sie auf einmal alle Oh Leute Ich habe nur noch 20 Sekunden Ich muss hier weg Boom Shit das war nicht gut Ich muss hier weg Ich muss hier weg Überholung zu überleben Doppelabschloss Oh Gerade so Habt ihr das gesehen Ich habe den abgeschossen Und dadurch Habe ich ihn überholt Das war ganz ganz knapp So schnell weiter nach vorne Wow 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 Okay. Ah, ich dachte, ich käme da noch weg Oh Gott, ist das knapp, hau ab Du Pansen Okay, ich scheide aus Ja, das war's Knockout Aber dritter Platz, es geht klar Wir gucken mal auf die Zeit Ja, eine Runde geht noch, machen wir hier Dump Power Rennen Dritter Platz geht klar Das sind so Sachen, das hole ich dann nach Im Offline Modus Beziehungsweise ohne, ohne, ohne Kamera Das ist nicht so schlimm Alter, weg Beide gekillt Ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich mal Star Wars Potrace Let's Playa Weil ich stehe ja auf diese schnellen Spiele Bubi, du alte Drecksau Komm her Alter Alter Na, wie lange ist der noch? Imba Ich danke dich Ich danke dich So Oh, genau drauf Das kann doch nicht wahr sein So, jetzt muss ich alles auf eine Karte setzen Ich fliege einfach hier lang Durch diesen Durch die harte Spalte Und versuche dadurch ein bisschen was gut zu machen Sehr gut Dadurch habe ich Plätze gut gemacht Oh, warum? Oh, ich bin so dumm Zu früh Speed gegeben Ich krepel hier echt auf den letzten Platz rum Das gehört sich aber nicht Vendetta, das gehört sich nicht Ey, Dr. Nett hat ein Flugzeug Der fliegt so schnell wie ich Wenn ich auf Speed bin Alter, komm Ich war gar nicht dran Wild Witch Ich muss mehr riskieren Ich muss mehr Abkürzungen nehmen Alles nichts Stärkere Raketen Ich war ja Aber jetzt 其实 Ich bin schon Super Ich werde mich Oh, Amphalos-Symbol hängen geblieben. Okay, erneuter Versuch, mit der Abkürzung zu funken. Ah, warum bricht denn gerade die Scheiße hier ein? Oh Mann, ich wollte doch nur Raketen. Noch eine Runde. Doppelabschuss. Okay, dritter Platz ist nicht cool. Wir brauchen ein bisschen mehr. Immer noch dritter Platz, das ist zu wenig. Mehr Raketes. Mehr Raketes. Raketes. Nein, crasht es da nicht. Geil. Wow. Jetzt mal wieder alles nur auf eine Karte. Nein. Weiter, weiter, weiter. Immerhin zweiter. Immerhin zweiter. So. Und hier machen wir auch einen kleinen Cut, meine lieben Freunde. Wir haben einen neuen Skin für den Titan. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen. Es wird wieder ein Speed-Rennen extra für Jedi-Mais. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.